ja ich kann es ich hab mal wieder so ja ich brauche neue ausrede wir haben noch ein previews kit von of a drain previews kit was hier drin ist ich bin etwas ja zwiegespalten bei den previews kids bei den vordergrund weil ich finde die verpackung sie haben das so abuse dieses dieses bild dass das ich weiß nicht ja gucken uns das hier mal an wir haben hier oben wo ich hier schon was cooles wir haben würfel im grün erst mal mehr pappe für die welt dann haben wir ein auf abenteuer dann haben wir ein schloss ventres als modus ist schon gekürt das krass das finde ich krass ja wie das letzte mal auch ich mach die booster einfach auf guck was oder drin ist und gehe schnell durch zumindest was die kamen zum anfangs angeht auch in vorn auf der drain wüsste ich nicht dass viele kamen oder ankommen da sehr viel wert sind auch hier die kollektor booster ein großes ein großes stelle das ist unser erstankern und stelle einmal eine verzauberung eine keine spieler kann mir als ein nicht kreaturen zauberbrunnen spielen syr in elora der scharfsichtige die scharfsichtige fünf meiner x4 wobei die anzahl an handkarten ist und wenn sie spiel kommt zieht in die karte zauber sprüche die dein gegner wirkt und die nähe als ziel haben kosten zwei mehr mara laubfee 202 fliegend man erzeugten grünes oder blaues und unsere rea eine voll und unsere schwarz landen vorbild okay 203 aufblitzen wenn ein spiel kommt kriegten ritter eure wahl lifelink death touch ritter sind cool dann haben wir ein land und token und eine foyer okay von fehlen gestohlen zwei meiner x bringe eine kreatur eurer wahl nun mal meine kosten und x auf die hand zurück erzeugt x blaue fehlen das ist jetzt nicht schlecht also das voll wäre ein schloss ventress das sieht bisher ganz gut aus dann einsam sein holen gehen wir hier zu den ankern schädel ramm oga vier mal 4 3 wenn er im gegner schaden zufügt muss dieser eine zufällige karte abwerfen falls er das tust was er das tut also falls er es kann zieht er eine neue karte akon der absolution viermal 32 fliegen schutz vorweist und immer kreaturen die euch können weder euch noch planes walker an die kontrolliert angreifen es sei in der wertschutz hat einmal auf jede dieser kreaturen walz ross 333 immer wenn du einen kreaturen zauber wirkst mit abenteuer wirkt lege einen plus 1 zu 1 mark auf das walz ross und unsere rea ist der bezaubernde prinz ok 222 wenn ein spiel kommt bestimmt 1 hält sich zwei ihr haltet drei lebenspunkte ich schickte kreatur aber war das exil bringt sie im ende zu beend segment zurück oh mein oh mein gott heilige was das für ein pack dreister anfänger dreimal 31 aufblitzen fliegend wenn er kann nur fliegende kreaturen blocken oder gemeiner diebstahl für zwei manner bringe eine bleibende karte eurer walz ross auf die hand die kein land ist oh mein gott was das für ein brief geht ist ja nur noch schrott da wahrscheinlich drin mal gucken alter dreister langfinger geschenkt des kessels fünfmaler adamann falls ihr drei oder mehr schwarze maler ausgeben habt mit ihr die vier obersten karten und die könne kreaturen auf die hand nähe zurück ins spiel bringen mit 1 1 marke verzauberte kursche fünfmaler 44 kommt mit zwei mäusen in spielen bei mann zwei ungewöhnlich allianz da ist er drin zwei meiner verzauberungen immer wenn du die zweite karte innerhalb desselben zu gespielt erzeuge ein 11 feenwesen und für sechsmaler könnte eine karte ziehen dann eine abwerfen und rache der hexe drei mann hexerei bestimme ein kreaturen typ und kreaturen mit diesem typ kriegen minus drei muss drei bis zu noch eine voll diesmal nur eine insel aber wie viele falls drei falls in drei packs ich bin gerade richtig geschockt ich meine das merkt man glaube ich auch ich hoffe das ist okay für alle ich bin gerade heißt vornefeld red ist gar nicht mal so bett wie ich immer die ganze zeit dachte ja froschifizieren zwei meiner verzauberung verzaubert ihr eine kreatur die verzauberte kreatur verliert alle fähigkeiten und ist eine 1 1 frosch raub des erstgeborenen ein manner übernehmen die kontrolle über eine kreatur der wahl manner kosten drei oder weniger sie hat eine x3 leider trottende rüstung drei manner x3 wobei die anzahl an artefakten und kreaturen ist ihre angriff stärke eid gebundener ritter drei manner 00 kommt mit vier marken rein und greift nebenzug an falls möglich und falls im schaden zugefügt würde der schaden verhindern deshalb nur einem plus 1 1 marke runter genommen keine voll keine voll ja keine voll tschuldigung hier ist auch nichts drin feenwandale 212 fliegend aufblitzen immer wenn die zweite karte innerhalb eines zugespielt lege eine plus 1 1 mark auf den fähigen wandalen grummi gulli der großzüge gobbeln schamane wo auch damals 33 jede nicht menschen kreatur die du konfigurierst kommen in einer zusätzlichen 1 marke spiel gibt es garantiert schon kaum musst du mechanischer diener drei manner artefakt ok 23 adamant falls du drei oder mehr derselben meiner farbe aufgemacht zieh eine karte das ist nicht bad und gatwick der alte ok 3 blau und x3 3 kommt mit x plus 1 1 ne jetzt sieht x karten wenn ihr ins spiel kommen und immer wenn du einen blauen zauberspruch wirkst tappe eine bleibende karte die ein gegner normal kontrolliert ok das nicht bad ist wenig bad ich meine werden auf jeden fall in diesem playlist blau spielen dementsprechend passt er auch bestimmt gut ins deck mal gucken was das letzte booster so sagt gedanken raub gläserner sag zweimal wenn ihr ins spiel kommt schicke eine kreatur mal kosten drei oder weniger als exil solange der im spiel ist ok vertraute des kessels zwei manner 1 1 und wenn sie vom feld auf friedhof wenn sie was wenn sie ins spiel kommt für die titik in ein leben bekommt leben und ihr könnt eine speise opfern also ein food und könnt ihn aus dem friedhof zu ins spiel bringen gieriges verlangen vier schwarz und oder blaue hexerei in gegner eurer wahl zeigt die karten aus der hand offen vor ihr bestimmt nicht land karte im friedhof oder auf der hand des spielers und chicks sind exil ihr könnt die wirken ohne ihre mann und mann ausgeben als wir es bliebige fahrt und unsere erst der riesen töter der riesen würde das 1 1 2 2 2 mann tappen tappt eine kreatur und ihr könnt aber doch fehlen für drei mann hat zu stellte eine kreatur mit stärke 4 oder mehr ja das war dieses playlist kit war ganz okay würde ich so auch nehmen mehrfach ich hoffe ihr hattet spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablexei tschau tschau und 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 Untertitelung des ZDF, 2020